Was können Sie denn zu diesem Fall sagen? Was ist denn dran an diesen Vorwürfen? Man wirft ja den beiden jungen Männer vor, sie hätten jetzt vorgehabt, zwischen Weihnachten und Silvester einen Terroranschlag zu verüben auf einem belebten Platz, zum Beispiel beim Silvesterpfad. Das ist ein Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft in Wiener Neustadt erhoben hat. Der hat zu der Untersuchungshaft geführt. Ich war bereits am Freitag zu einem langen, ausführlichen Gespräch bei meinem Mandanten in Wiener Neustadt im Gefängnis. Und er sagt, dass das alles nicht stimmt und dass das eine Verkettung von Dingen ist, die er nicht getan hat. Und da ist nichts dahinter, mit anderen Worten. Was wissen Sie jetzt über den Verdächtigen? Was kann man da sagen? Naja, über den Verdächtigen weiß ich einiges, weil ich sehr lange mit ihm geredet habe. Worüber ich weniger weiß, nämlich fast überhaupt nichts, ist der Fall selbst. Da bin ich ausschließlich darauf angewiesen, was mir der Klient gesagt hat. Und dem ist von meiner Seite her jetzt sozusagen nichts hinzuzufügen. Er sagt, dass das eine Verkettung von Missverständnissen ist und er falsch beschuldigt wird von irgendeinem V-Mann. Und er vor zehn Jahren irgendeinen kennengelernt hat, der möglicherweise mit dem IS dann in späterer Zeit irgendetwas zu tun gehabt hat. Aber das ist aus einer Richtung, die er in keiner Weise bereit ist zu gehen. Und das duldet er auch nicht, dass ihm jetzt irgendeine terrorismusgeneigte Gesinnung nachgesagt wird. Wie kann es sein, dass Sie jetzt diesen Fall vertreten, wenn Sie keine Einsicht in diese Akte bekommen? Ich bin jetzt niemand, der sich jetzt in Justizsachen so gut auskennt, vielleicht auch unsere Zuschauer nicht, dass es eine Verschlussakte ist und Sie sich trotzdem damit befassen müssen und Sie genau nicht wissen, was wird ihm eigentlich im Detail vorgeworfen? Was sind die Indizien? Das wissen Sie jetzt offensichtlich nicht. Derzeit weiß ich es nicht. Nur der Klient ist am Mittwoch verhaftet worden, am Donnerstag ist die Untersuchungshaft verhängt worden, am Freitag habe ich ihn besucht und am Montag habe ich den Akt. Da können Sie davon ausgehen, dass ich am Montag am Gericht bin und nicht gehe dort, bevor ich den Akt gesehen habe. Also ich lasse mich da natürlich auch nicht abwimmeln, das ist ja überhaupt keine Frage.